Ein Haus, drei Wohnungen, drei Teams. Wer baut am besten um? Packen wir oder holen wir uns mal ein paar Bände? In sieben Wochen müssen diese drei Wohnungen verkaufsbereit sein. Zeitrand. Abreissen, renovieren, dekorieren. Die Teams können alles selber machen. Das war wirklich eine Katastrophe. Oder sie rufen die Profis. Ich bin richtig am Arsch. Ich muss sicher den Gipser aufbieten. Hauptsache das Budget wird eingehalten. Ihre Arbeit wird von einer Expertenrunde bewertet. Das ist für schlimm bessert worden. Wer am meisten Punkte absahnt, nimmt den kompletten Verkaufsgewinn mit nach Hause. Das ist unsere Challenge. Die Teams haben ihre Jokerzimmer fertiggestellt. Romy und Marco haben sich für ein Homeoffice entschieden. Bei Jolenka und Andreas gab es ein Gästezimmer. Und bei Alain und Lirema? Wir machen eine wunderschöne Kinderzimmer. Mhm. Es wäre noch schön gewesen, ihr habt jetzt überall die Schrauben reinten. Doch wen geben die Expertinnen und Experten ihren Punkt? Ich weiss, wann ich den Punkt gebe. Ich habe mein Surtel abgemacht. Super. Dann gehen wir es mal machen. Der grosse Moment ist gekommen. Welches Team bekommt die Punkte für das Jokerzimmer? Hallo miteinander. Schön, dass ihr wieder alle hier seid. Fünf Tage später wurden die Jokerzimmer allesamt fertiggestellt. Herzliche Gratulation. Ihr wisst, was das heisst. Nämlich, dass alle Teams von mir einen Punkt bekommen. Danke. Gut gemacht. Danke. Auch gut gemacht. Und euch noch einmal gut gemacht. Effizient habt ihr gearbeitet. Jetzt wollen wir aber auch noch wissen, wer von euch die Punkte bekommt. Jeder und jede von unseren Experten darf jeweils einem Team einen Punkt geben. Kurt, wer kriegt diese Woche deinen Punkt? Es ist mir sehr schwer gefallen und es war sehr knapp. Aber diese Woche geht mein Punkt als Team... ...Lirium und Aller. Danke dir da. Wuuu! Dann hat die Punkte eingeholt. Kathrin, wem gibst du deinen Punkt? Mein Punkt geht diese Woche an diese Wohnung, wo die Kritik entsprechend umgesetzt haben. Und auch die Details wirklich sauber ausgeführt haben. Und darum geht mein Punkt diese Woche. An Tromi und an Marc. Also! Yes! Michele? Für mich ist ein schwieriger Entscheid. Eigentlich möchte ich ihn an allen geben. Aber die grösste Überraschung bei mir ist heute. Mit Alain und Liri. Wuuu! Nach dem Team Rot haben wir schaurig aufgeholt und das macht es mega Freude. Fassen wir den Punktestand zusammen, bevor es zur nächsten Challenge geht. Team von der Wohnung Nummer 1, Andi und Olenke, ihr habt einen Punkt. Von der Wohnung Nummer 2, Romy und Marco, ihr habt insgesamt 5 Punkte. Herzliche Gratulation und sind somit führend. Aufgeholt mächtig seit letzter Woche hat Team Nummer 3, Alain und Lirim, ihr habt jetzt insgesamt 4 Punkte. Das war zu wenig. Das heißt, nächstes Mal müssen wir mehr geben. Ja, und ein wenig mehr von uns selber reinbringen. Gut, und somit sind wir bereit, um in die nächste Challenge zu starten. Ihr wisst, wie es abläuft, ich habe 5 Tage Zeit und dann muss diese Woche das Badezimmer fertiggestellt werden. Ich freue mich schon auf das Resultat und wir sehen uns dann in 5 Tagen wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Das ist unsere Challenge. Das sehen wir dann noch. In nur 5 Tagen müssen die Teams die Badezimmer fertigstellen. Da gibt es ganz schön viel zu tun. Eine ausgeprägte Vorstellungskraft ist die Quelle für kreatives Denken. Nicht wahr, Alain? Siehst du das Lirim? Ja. Wie schön das wird. Das wird sehr schön. Du musst schon drin stehen, wie es schon umgebaut wird. Was wir schon mal verraten können, wir werden wie bei allen anderen Zimmern modern, auf die moderne Art und Weisse das Badezimmer gestalten. Jawohl. Mit ein paar Futures, die wir noch nicht verraten. Aber ja, ziemlich modern, hell, einfach. Wir haben einfach ein wenig das Bade angeschaut, wie es eingetellt ist. Und es ist sehr klein. Und da habe ich zu der Alenka gesagt, da verklemmt es dich auf den Scheiss. So, wenn du hinschust. Hinschauen kannst du aber aufstehen wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Die Plättchen gehen ja so herum. Mhm. Also diese Wand muss er wieder Grundputze drauf tun und abreiben machen. Mhm. Okay. Das muss noch viele gemacht sein. Ja, ein bisschen etwas müssen wir schon noch. Ja, dann müssen wir diese noch organisieren, damit wir sie haben. Möglichst. Ja, ja, das mache ich jetzt gleich als nächstes. Für Olenka und Andreas ist der Fall also klar. Sie werden sich professionelle Hilfe holen. Ja, ja, das kommt gut. Das schaffen wir jetzt. Die Challenge packen wir, oder? Olen wir uns jetzt mal ein paar Punkte. Ja, das läuft jetzt schon. Ja, wir müssen, wir müssen. Es bleibt uns nichts anderes. Romy und Marco sind inzwischen schon bei der Ausrichtung der Platten. Weißt du, ich würde diese Platte gerade so... Dann bringen wir hier drei Platten rein. Ja, dann macht es schön groß. Und hier eine Fuge, das spielt keine Rolle. Weil das WC kommt eh bis hier vorne. Man sieht das nachher nicht. Und das Möbel auch. Und so macht es... Wie sagst du... Und längs würdest du nicht sagen. Nein. Ja, es macht Sinn, einfach die so quer. Dann haben wir da die Fuge. Da ist schön gleichmässig. Da können wir ja immer noch schauen, ob wir Platten schneiden wollen. So machen. Dass wir hier vier Platten haben, oder? Je länger das es wird, desto besser fließt das Wasser auch ab. Die Dusche ist so klein. Ja. Wir wollen grosse, helle Platten. Ja. Dass wenn reinkommt, dass der Raum... Wie sagst du... Ja, das ist grösser. Dass es optisch grösser, dass es heller und freundlicher wirkt. Höchste Zeit, die Pläne in die Tat umzusetzen. Ja. Ja. Hallo, was kannst du machen? Was ich machen bin, soll ich das wirklich erzählen? Was? Wir werden das einzige Team sein, das so ein geiles Detail reinbringt. Wir haben hier eine Nische, die sicherlich niemand anders hat. Und noch, wir spitzen das Ganze hoch, damit wir auch noch das Lichtchen hier reinbringen können. Von daher spitzen wir jetzt 10 cm hier raus. Dafür holen wir die Punkte. Yes! Olinca und Andreas haben einen Profi angestellt. Dieser hat mitbekommen, dass die beiden mit dieser Challenge unbedingt aufholen müssen, um im Rennen zu bleiben. Ich würde sagen, der hat noch einen Sass im Ärmel, ob man nicht den zusätzlichen LED-Streifen unter dem WC und unter dem Lavabo einbauen möchte. Und zuerst dachte ich, es gibt wieder mehr Arbeit, das können wir vielleicht wieder nicht fertig, aber irgendetwas müssen wir ja besser haben als die anderen. Darum haben wir gedacht, das ist eine coole Idee. Alain, es ist kalt. Ein bisschen, ja. Ja, vielleicht kommen wir jetzt warmer. Alain und Liring kreieren eine spezielle Nische in der Dusche. Der geht nicht. Der geht nicht. Schau mal. Wer hat dabei gerne? Ich habe das Gefühl, das ist nicht für das gemacht. Ist schon sehr streng. Letztes Mal war es doch nicht so schön. Der Akten ist voller. Keine Ahnung. Ist das normal, oder? Ist das normal? Es ist normal. Es ist streng. Ja, aber letztes Mal, als wir die Wand weggenommen haben, ist schon wieder nichts gekommen. Ja, dann haben wir aber die andere Maschine gekommen. Ja, auch nichts anderes da. Jetzt haben wir im ganzen Haus zwei gefunden und jetzt müssen wir mit dem das Zeug herausbohren, aber das machen wir schon. Auch bei Marco und Romy packt es ein Profi mit an. Wir haben es sehr gerne selber gemacht, aber aus zeitlichen Gründen war es nicht machbar. Und zweitens muss man ja auch noch die Garantie geben, dass es dicht ist und und und. Und dann haben wir uns entschieden, wir geben die Arbeit ab, zu einem Profi kommen und das perfekt machen. Hoi. Hoi. Super. Ja, gut. Nächst. Ein weiterer Tag in Fulenbach neigt sich dem Ende zu. Olenka scheint heute das Meditieren vergessen zu haben. Das passiert, wenn einer mir zu nahe kommt. Hast du gesehen? Aber ich sage dir eines, es war Notwehr. Schau mal da. Da. So liegt mit mir, weisst du? Das lassen wir nicht bieten. Und ich? Seht ihr? Wieso, ich habe noch eine Socke genommen? Keine Ahnung. Da hast du eine andere Frage. Wer will der andere? Tag drei in Fulenbach. Am frühen Morgen hat sich ein Kandidat aus dem Haus geschlichen. Es ist Marco. Was der Bündner hier wohl ausgeheckt hat? Tauscht er mit Wohnung drei Blumen gegen Bohrer? Oder gibt's einen Heiratsantrag? Mannen. 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 Was ist für mich? Mannen. Ich drehe mich herum, kam er dann mit dem Kuchen und blumig. Okay, wow. Cool, mega schön. Danke schön. Am besten trömmeln wir alle zusammenträmmeln, dann können wir noch mal singen. Nein, ist gut. Ja, dann geniessen wir deinen Tag. Nicht so streng. Ja, danke. Vom Geburtstag in Wohnung 2 zu einem weiteren Pechtag in Wohnung 1. Andreas muss den frisch gemachten Gefäldsüberzug rausnehmen. Was ist denn da passiert? Zuerst kam der Gipfer und hat den Gefäldsüberzug fertig gemacht. Und dann kam der andere Plättchen und sagte, dass der über Tage nicht Plättchen, weil der Gefäldsüberzug in zwei Etappen gemacht wurde. Das halte ich nicht. Man sieht jeden Unterschied. Darum muss es jetzt wieder raus. Wir müssen Gas geben. Ja, ich weiss, ich weiss. Ja, ich weiss. Wir haben Vollgas geben. Wir tragen mal aus, aber der ist schon schwer. Du kriegst auch noch ein paar, kann ich schon noch rein tun. Aber ... Ja, du kannst weniger reinfüllen, dafür schnell ersickeln. Ja, das stimmt. Ja, das ist genug schwer. Also komm, gib ihm. Geben wir noch Vollgas, dann stecken wir egal, oder? Ja, wir mögen sie. Also, los. Es ist schon einiges schiefgelaufen bei uns, aber wir gehen noch nicht auf. Wir bleiben dran. Die Halbzeit ist erreicht. Heute gibt es von Expertin Kathrin Bachmann eine Zwischenkontrolle. Die Bauleiterin startet gleich in Wohnung 1. 2. Ja, ich werde hier vom Pech verfolgt. Die Handwerker lassen euch hier grösstenteils leider ein wenig im Stich oder machen ihre Aufgaben nicht so, wie sie sollten. Aber ich habe erfahren, du hast da selber sehr viel investiert und auch da unterstützt, dass das vorwärts geht. Also eben ein grosses Kompliment von meiner Seite. Hier noch 1-2 Nachtschichten und eure Zeit, gebt eure Kraft noch mal da drin. Und dann bringen wir dir das Bad auch fertig. Kathrin hat uns Mut gemacht, dass wir gleich dranbleiben, optimistisch bleiben. Und irgendwie glaube ich, können wir es gleich noch schaffen. Ja, wenn jetzt kein Fehler mehr passiert, kann es ganz spitzig aufgehen, aber es darf nicht mehr in die Hose, sonst ist es vorbei. Die Zwischenkontrolle geht in Wohnung 2 weiter. Marco nutzt die Möglichkeit, die Expertin um Rat zu fragen. Das eine Detail müssen wir zusammen noch anschauen, mit dieser Schiene und Absatz hier, wie wir das machen wollen. Schau, wir haben hier gerade die Schiene hier. Da können wir gleich eine Probe legen. Es gibt eine Variante. Dann kannst du sie hier bündig montieren. Und dann könntest du eine Glastrennwand hier vorne machen. Und die zweite Variante, die du hättest, wenn sie vorne ziehst, so genau. Wenn ihr da auch noch ein Blättchen drauf wollt, das müsstet ihr halt jetzt nachschauen, dann könnt ihr das noch vorne nehmen. Dann hättet ihr einfach den Absatz und dann müsstet ihr mit dem Blättchen liegen, dann nochmal schauen, was man unten aufgiessen könnte, und dass der Boden dann wirklich auch sauber bündig ist. In Wohnung Nummer 3 nimmt das Badezimmer langsam Form an. Hallo. Hallo, Kathrin. Hallo. Fleissig dran? Ja, ein bisschen am Handlangeren. Sehr gut. Ihr habt für das ganze Bad Handwerker aufgeboten, oder wie ist das? Das gesamte Bad haben wir in Auftrag gegeben. Okay. Das ist ein heikler Bereich und die Profis sollen das machen. Und somit kommt das sauber und ja. Schaut, sind wir kein Sanitär, Moteur oder Blättchen? Ich will, als wir beide kennen. Und wir sind auch froh. Ja. Und da geht es immer um garantietechnische Sachen. Das muss bombenfest sein, darum haben wir es abgegeben. Das Geld ist abgezogen, tipptopp. Ihr habt jetzt immer mit der ganzen Platte angefangen. Und da ist nachher das WC. Das heisst, da ist die Spüli. Und jetzt ist genau die Fuge nebendran. Und normalerweise, wenn man vielleicht eine kleine Einteilung macht von der Fuge, dann geht es zum Beispiel auf eine Achse oder man geht es ein. Kannst du mir sagen, wie es gemacht werden soll? Dann gebe ich das weiter und dann reisse ich das alles raus. Ich möchte das selber überlegen, wie es aufgeht mit der Einteilung. Wir müssen vielleicht mal die Länge messen und dann mal die Platte messen. Ich finde das jetzt nicht so störend. Ich finde das sogar von der Optik her eigentlich fast schöner, dass man sie so hat. Weil sonst hätte ich eigentlich auf der anderen Seite den Bereich mit den Blätten. Kleiner Tipp von mir. Ja. Denkt ihr euch überlegen. Dankeschön. Und jetzt ... Ja, jetzt alles aus dem Fall, oder? Nein, ganz und gar nicht. Das könnt ihr noch entscheiden. Nein, spinnst du eigentlich. Also, ich lasse euch diskutieren. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, Katrin. Tschüss und tschau. Das musst du aufzulernen? Nein, das muss man sicherlich nicht aufzulernen. Definitiv nicht. Ich glaube, wir haben uns dann entschieden. Wir machen einfach weiter, so wie es ist. Ja, machen das Beste raus und probieren gleichzeitig Punkte, oder? Katrin haben wir schon verloren, habe ich gedacht. Ja, ganz klar. Also, ja. Alles in allem sind sie sehr gut unterwegs, mit Ausnahme von Team 1. Die müssen wirklich noch ein, zwei Nachtschichten einlegen. Und dann bin ich dann sehr optimistisch, dass die drei die Challenge werden schaffen. Für Olenka und Andreas sind weitere Nachtschichten also vorprogrammiert. Doch sie sind nicht die einzigen. Hey, meine lieben Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Team 3 ist ein bisschen spazieren gegangen, frische Luft schnappen. Wuuuuhu. Es gibt jetzt noch einen Abendlauf. Noch mal Energie tanken, frische Luft schnappen. Genau. Und weiter geht's. Dass wir sauber und zeitlich abliefern können. Wir freuen uns, euch das zu präsentieren, gell, Lirim? Bravo, das wird sogar.